Ich sage, wegen dem Namen, das hast du ja schon vor drei Wochen gewusst, wie heißt du dann? Ich sage, ich heiße Lampe. Ich sage, das geht doch. Ich sage, nein, ich lasse mich scheiden wegen dem Namen und ich heirate jetzt deinen Bruder. Ich sage, wenn du dein Bruder jetzt heiratest, dann heißt du doch wie der Lampe. Das ist doch das Gleiche, ob du mit deiner Hengelampe oder deiner Stehlampe verheiratet bist. Oh, und jedes Jahr haben wir bei uns an so einem Ort, haben wir so ein Disco. Da spielen wir immer ganz moderne Liede und das sieht man natürlich ganz alles aus. Wollt ihr das auch mal sehen? Ja! Ach so! So, ist das ungefähr der Kopfschluck? Das muss ich erst mal probieren. Das ist alles nicht so einfach hier, gell? Ich habe mir das drückische Grüge zertiert. Komm, Achtung! Jetzt geht es los, Achtung! Haben wir doch was drauf auf dem Back, oder nicht? Sie alle leid sind, du! Ich habe es auch Erfahrung! Be my girl 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hey, hey, hey I wanna know Be my girl Hey, hey, hey I wanna know This will be my girl Hey, hey, hey I wanna know This will be my girl Hey, hey, hey I wanna know Hey, hey, hey Sie sagt, normal ist euer Präsident Reinhard hier nur für das Aufmachen zuständig. Aber es hat gut geklappt. Ich habe mich vorhin damit unterhalten. Die letzten Wochen hatten wir hier wegen der Veranstaltung, hatten die Komiteesitzung gehabt, haben sehr viel durchgesprochen, aber das sagt er mir aber erst, er und seine Frau haben sich jetzt einen Hund gekauft. Ja, so einen kleinen Dackel haben die sich gekauft. Ja, aber es war nicht so einfach, weil ich jeden Abend hat der Dackel anfangen zu schnaschen. Sie haben nur so geschnascht, der Dackel, und ist seine Frau im Hund, die ist dann mit ihm zum Tierarzt gegangen, und der Tierarzt und der Dackel, den haben wir jetzt neu kauft. Nachts schnascht er immer so, sagt er, kein Problem, der Tierarzt, da nehmen sie so Lombärblätter, da machen sie ein Karenzien von lauter Lombärblätter und hängt es dem Dackel über das Schawenzien, und schon schnascht er nicht mehr. Die ist Heimgabe, nachts hat der Dackel wieder angefangen zu schnaschen. Die raus in die Küche, Lombärblätter, macht aus Lombärblätter einen Karenzien, hängt es dem Dackel über das Schawenzien ab, und schon war der ruhig. Ach, die waren so froh gewesen, und dann hat sie erzählt, die letzte Woche, als die hier Komitee sich so war, kam der Reinhard etwas später nach Hause, total getrunken, wie sie sagt. Sie, der Nächte, ist ins Bett, ha, ha, und fängt an zu schnarchen. Sie hat nur so geschnascht, seine Frau wurde wach, denn jetzt schnarcht er ja auch so, aber was für den Dackel geholfen hat, tut vielleicht bei ihm auch helfen, also in die Küchstange, hat ein Karenzien gemacht, hat jetzt Grenze genommen, wie bei dem Dackel, und ruhig war er, am anderen Beut, wie der Wachs, mit so einem dicke Kopf, geht ins Bad, schaut in den Spiegel, sagt er, oh, was hast du eigentlich? Sie, und dann guckt er so an sich, Rudd, sie, guckt er, oh, oh, das sagt der Kerle, 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 dass du gestern Abend getrunken warst, das weißt du, dass du auch als der Bedienung und ein Poker warst, das weißt du auch, aber dass irgendwo eine Siegerehrung war, das weißt du nicht mehr. Lieber Bernd, auch dir natürlich ein recht herzliches Dankeschön, dass du hier warst, und auch dir natürlich erst mal unser Sessionsohn, und auf den Berg ein dreifach Donnern ist. Berlin! Ayo! Berlin! Ayo! Berlin! Ayo! Karneval an der Spree! Ode, 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 ode! Herzlichen Dank, lieber Bernd, dass du hier warst, komm gut nach Frankfurt wieder zurück und mit der Abmarsch! Berlin! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017